Willkommen zu einer weiteren Folge von Amnesia. Es ist schon wieder 8-9 Monate her, dass wir das das letzte Mal gespielt haben. Elka sei selbstverständlich auch wieder bei mir. Natürlich, hallo zusammen. Und ich bin jetzt das erste Mal dabei, diese Person hier zu steuern. Ich glaube Daniel hieß sie. Genau. Nun, wie es sich gehört, haben wir uns vorher nicht erkundigt, was wir machen sollen. Und ich habe auch keinen Plan mehr, was wir überhaupt gemacht haben. Also werden wir das irgendwie herausfinden. So ging das. Aha, okay. Wir mussten hier eine Mixtur machen. Wofür eigentlich? Das Journal ging mit J. Notizen? War das? Ne, 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 ne. Da oben der Experiment. Tagebücher, ne? Da war es Notizen. Gehen wir auf die Notizen. Und schon mal oben. Dritter Antrag. Frühiges Alchemie-Experiment. Da steht zwei Schaden drin. Zink, Erz, Oppriment, äh, Kubrit. Vielleicht kann ich den. Gut, das war es schon. Das 6 Minuten. Organisches Gewebe reagiert besonders heftig mit der Lösung. Ja, das wollen wir, genau. Genau. So was macht man die normalen? Da war irgendwo, glaube ich, ein... Da war so Schleim oder so... Ja, das war halt in dieser Haupthalle, glaube ich, in Gang, irgendwie, ja. Ja, ist okay. Okay, das ist mein erster Versuch, künstliche Lebenssituation zu bedringen. Ich will nur... Ne, 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 ne. Ähm... Zink, Erz und Oppiment müssen zusammen hinzugefügt werden. Okay, Zink, Erz und Oppiment, dann Kubrit. Und Königswasser. Zink, Erz, Oppiment, Kubrit. Äh, was ist jetzt was? Ganz recht hatten wir... Ähm... Oppiment. Genau, danke. Zink. Wahrscheinlich Königswasser. Das wird wahrscheinlich, äh, Kubrit sein. Wahrscheinlich. Äh, also Zink, Erz und Oppiment. Ja, das wird dann Zink, Erz sein. Ja, Brenner, natürlich. Äh. Aha, praktisch. Zink, Erz. Äh, Oppiment. Und Königswasser. Ne. Und, 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 und. Es ist richtig. Ja, super. Das ist doch sehr schön. Dann können wir es uns herleiten. Oho, oho. Ein Säugetopf, sehr schön. Okay, ähm, ich meine, jetzt können wir doch wieder direkt dahin gehen, wo wir hinwollen. Wo auch immer das war. In dieser Haupthalle. Gehnerst du dich? Hier rechts bei so weit hoch. Genau. Ja, irgendwie so. Genau. Kann man hier durchführen? Ich war ja eigentlich noch alles eingestürzt irgendwie. Doch. Man kann durch. Spring. Sehen wir jetzt gleich gammeln mehr hin? Ich hoffe doch. Ey, warte auf. Ich hoffe, ich doch. Was? Drei tätigen Aufenthalt. Das ist doch. Was ist ein dreitätiger Aufenthalt? Hä? Das bringt mich aus dem Konzept. Vorwichtig bleiben. Richtig gut. Im Moment ist gerade egal. Ach ja, ich habe keine Sorgen. Nehmen wir die Laterne. Die gute Laterne mit dem guten Öl. Mhm. Genau. Ich mache jetzt das Öl leer. Ist okay, oder? Ja, ne? Danke, super. Ich hebe extra auf und dann... Hier war es nicht. Oh. Nein, Haupthalle, wie gesagt. Ihr zog. Was ist es denn hier? Ist es Wilson? Nein. Das ist nicht Wilson. Ich bitte dich. Ja, ja. Da, wieder hoch, genau. Und dann nach rechts. Ja, ne? Also, es interessiert mich nicht sonderlich, wenn ich da drüber latsch. Ich weiß nicht, was da vorher war, irgendwie. Ja, gut. Dunkelheit, ne? Und, äh... So, ich meine, wir müssten da und haben wir überall aus dem Warn hier schon. Kann es vielleicht wieder sein, ich würde mal vergessen haben, aber... Wenn dann wäre das mehr, kann man vorher nicht weiter. Ah, richtig. Das ist das. Das muss ich doch jetzt irgendwie so nehmen. Und damit... Ja. Auch die Steuerung ist ja wieder ganz zinfel. Vor der Aufnahme habe ich nämlich bezweifelt, dass ich die Steuerung, äh, irgendwie weiß, aber es geht ja. Das ist ja auch schon etwas her, dass ich mal einen dazu gesehen habe. Ah, du hast den Topfwerk wenigstens und, naja. Einen Topf der Mixturen aller Art enthält, also ist da immer noch was drin. Sonst würde sie einfach nur sagen... Der hießt mich leer aus, du. Äh, ja, aber warum enthält er Mixturen aller Art? Das haben Chemie-Töpfe so an sich, von daher, ähm, ich denke einfach so eine grobe Beschreibung des Gegenstandes und, naja. Aber im Grunde ist es doch nur ein Topf. Fruch, im Grunde ja. Es ist sicherlich schmerz in hier. Ja, und es gibt eine gute Grunde, für das. Aber du kannst jetzt die Lampen auf den Weg, wenn du möchtest. Was ist die Grunde? Für die... Schmerz. Ja, das ist. Schmerz in die Nähe. Beide nicht, dass sie sich schmerzen. Was ist die Grunde? Warum ist es so dark? Beide auf, Daniel. Es ist wichtig, dass du weitergehen kannst und sicher nicht, dass sie sich schmerzen. Vielleicht nicht nehmen. Ich bin an irgendwas vorbei gerannt. Nein? Oh, jetzt ist der Gammelmann. Hallo? Hallo? Ach doch nicht. Chemie-Topf. Du bist mein... Verdammt. Nicht wahr? Hm? Wie gesagt, ist halt leer. Mhm. Wie stört der Ausdruck? Enthält einfach. Sei vorsichtig, wenn... Oh, Gammelmann ist hier. Cool, ich will Gammelmann sehen. Aber vorher will ich speichern. Könnte man speichern? Speichern und beenden. Ich wollte schon mal. Irgendwo wird es schon einen Speicherpunkt geben, denke ich mal. Ich will Gammelmann sehen. Ich will Gammelmann. Natürlich. Wir gehen weit. Bitte duken Sie sich. Was macht mein Kollege? Hi. Ja, guck mal, wie langsam der ist. Ist doch cool. Wie geht's? Guck mal, der ist doch völlig im Dieb. Oder nicht? Ich will den Dieb. Ich geh mal. Guck mal, der verfehlt mich sogar. Ist doch nett. Der Kacke, bevor du losläufst. Echt? Kennst du das nicht? Woher? Niemals lachen die Rücken zudrehen. Aber Fakepoint gibt's ja hier. Gott sei Dank. Von daher kein Problem. Ah, immer diese Rücken. Ja. Ja, ich weiß, dass der Kopf irgendwie knackt. Das ist die Kacke, die du auf dem Boden auf den rumtrampelst. Hm. 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 Hat der schon die Einbildung? Nee, noch nicht. Wie kann man sich ducken? Ah, okay. Ja gut, ein bisschen RPG macht er auch nicht schlecht. Das ist in Sachen Steuerung. Kamelmäe? Nein. Also ich fand das gerade echt genial. Ja, das ist ja. Cool. Auf deinen Augen, wie es scheint. Hey, super. Kann ich ihm das an den Kopf werfen? Bestimmt. Wenn du ihn findest. Also wenn er da ist. Ja, vielleicht ist er schon wieder weg. Ich möchte ihm das gerne an den Kopf werfen. Wie das so aussehen. Oh, er ist weg. Ist ja langweilig. Oh, die geht ja sogar kaputt. Ja, ja. Also eine Physik hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, jetzt kommt Gammelmäher bestimmt, ne? Ne, aber ich hab ganz viele Flaschen hier. So, ich mach alles kaputt. Lass die Wut raus. Ja. So, ähm. Was ist denn hier? Wein. Soll das Wein sein oder ist es Blut? Ich denke, es soll Wein sein. Nein, nein, nein. Das ist so ein bisschen rötlich. Das ist Wein. Passt schon. Es sieht aber echt rötlich aus wie Wein. Ich weiß nicht. Vielleicht sind auch ganz viele Leichen drin. Wer weiß. Ja, wer weiß. Gammelwählen. Ja, der weiß was. Passt. Und da oben ist noch was. Ja. Aha. So. Finderbüchse, ja. Perfekt. Ah, ich verstehe. Ich werfe eine Flasche hinter eine andere und beide sind kaputt. Was ist das hier? Ein Hobel. Achso. Und mein wunderbarer Hammer. Ah. Ah, wir haben mal ein Hammer. Okay, dann ist ja schon mal die Welt wieder in Ordnung. Hier ist nichts mehr. Wie viel Öl haben wir noch? Oh. Das wird ja recht schnell weniger. Also du spielst dann gleich weiter, ne? Natürlich. Wenn ich mich mal übernehme, ich. Ja, ja. Sicher. Was war bei der Tür drüben? Welche? Rein und dann rechts durch manchmal. Da, die ja. Äh, die wollte ich gleich. Achso, okay. Also, ich wollte jetzt hier noch gucken. Erstmal den Bereich, den es hier so gibt und dann weiter. Also, ich, äh, hier waren wir auch noch nicht, ne? Ne. Da war der Tischturm mit den Gläsern, genau. Aber da war ich ja bisher nur so. Ach, kann ich anmachen. Ne. Wir sind hart. Ach, das ist bestimmt die Tür, oder? Immer nach links ein bisschen was. Das ist nicht die Tür. Doch, doch, doch. Geh mal rein. Aber da ist ja ein Zettel. Der lag da vorne. Dann längst. Hinter dir. Da. Da. Die Tür meine ich. Ah, die war die Tür. Ja, okay. Ne. So. Ah, ja, ja, ist okay. Laudanum. Gebt. 32. Juni, 1839. Es ist mehr als ein Monat seit meiner letzte Entdeckung. Nach dem Event in der Untergrundschamber in Algerien hat Professor Herbert gesagt, dass ich nach England zurückgekommen habe. Er sagte, er wollte nicht riskieren, die gesamte Expedition lest I took a turn for the worse. An excessive decision, in retrospect. But I'm glad it turned out that I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa. Next to it lay the broken stone orb wracked in cloth. I tried to assemble it, but couldn't. The pieces wouldn't fit together, as if they weren't from the same object. Could I have imagined it all? Was there ever a complete O? Möglich, möglich. Kann ich den nehmen? Ja, kann ich sogar. Ja, klar. Oh, oh, ich hör was. Ja, wenn Gammelman kommt hier, ne? Also... Ja, klar, ich hab den Stuhl. Ich hab den überbraten. Stell dem den hin, dann kann er sich hinsetzen. So eine Freundlichkeit kann der auch bestimmt nicht ablehnen. Okay, was ist hier noch? Gar nichts. Ich hab's dafür. Mal noch mit den ganzen Beinregalen und... Ich seh schon gleich, der kommt. Ach, Quatsch. Nachdem wir jetzt wissen, dass der Typ hier auch rumkippen kann, mach ich mir ernsthafte Sorgen. Ja, ja, also wenn der Typ... Oh, da ist ja was. Paypal. Ah, doch nicht. Was sind da Buxer? Aha, aha. Ja, schau mal einer an. Das war irgendwie total der Zufall, weil ich einfach die Gegenstände daher schmeißen wollte. Ja, hat das auch so sein Gutes, ne? Mhm. Seh nichts. Aha. So, hier ist auch noch dieser Waldkirr. Ich glaube, hier ist nichts weiter, weil hier war ich schon. Mal hier. Mal hier. Genau. Tast und Fragranz. Die Maske rönt. Ich denke mal nicht. Hier, wenn dann ja. Hier war ein Hammer. Weil er ist eigentlich einfach so straight forward durchgerannt. Also eben. Hab wir sehen von, was auch das sein mag. Nee, hier ist entweder gar nichts. Ne, gut, da kann man glaube ich ja. Ja, ich hab noch genug Öl. Also wir haben noch genug Öl. Haha. Ja, Moment, du hast dafür jede Menge Zünderwüchsen. Ja, super. Das ist doch fair, oder? Das macht ja auch so mobil. Hahaha. Ach, guck mal. Hm, lecker. Äh, du nehm dich sogar. Hm. So. Pff. Und tut auch scheinbar. Ja, hängig schon. Bin ich jetzt irgendwie verletzt? Ja, selbstverständlich. Eine Wunde blutet ziemlich stark. Von einem komischen Ball, der mich irgendwie berührt. Irgendwas, Mann sagt er mal jetzt, ein Abdecken oder so? Ich hab Laudanum, ja, aber man regeneriert sich nach einer Zeit selbst. Okay. Aber ich werde mal irgendwo hier was anzünden, weil der Typ mir irgendwie gerade auf den Geist geht. Da vorne auf dem Tisch lag eine, ähm, Kerze. Kerze. Genau. So. So, Typ, ist okay. Böses Vieh. Kannst ja einen Stuhl knutschen. Naja, wie ohne Toilette wird das schwierig. So, ich glaub, ihm geht's schon wieder besser, oder? Ja, irgendwie nicht. Aber es sind nur noch richtig Schnittwunden und Blauflecken, wenn ich. Ähm, ich denk mal, der Part ist schon wieder lange genug, oder? Boah. Das mag sein. Also, naja, ich würde sagen, wir wählen ihn mal hier. Und machen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dann. Bis dann. Bis dann.